Hallihallo Hallöchen, da bin ich wieder, nachdem das Spiel so unglücklich mich besiegt hat. Ja, mal gucken. Ich glaube, ich trinke nochmal ein bisschen Wasser. Oh shit, okay, der Bolzen war ein bisschen fehlgeleitet. Das muss man nicht zugeben, das war... Der Bolzen war ein bisschen... ...dang. Okay. 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 Warum steht ein Golem noch nicht bei mir? Oh, in dem Spiel habe ich noch nicht gegen den Golem gekämpft. So, aber ich weiß jetzt, was ich mache. Weil meine Feuerzauber bringen ja... ...verschwinden wenig. Sag ich mal so, verschwinden wenig. Ähm... Ich gehe nochmal auf Gwen, die mich beschützen sollte. Ja, der ganzen Nummer. Ups, eine Taste zu weit. Ah, verdammt. Okay. Okay. Das hilft. Ah, komm. Warum bin ich immer... Ich gehe weiter. Daaaang. Okay. Daaaang. Daaaang... 100% Shots. 100% Shots. Das ist eine Menge Grinding. Das ist eine Menge Grinding. Tja, vielleicht können wir ja in der Zwischenzeit noch, warum nicht, reparieren wir das Schwert noch, Einsätze hat es nicht, ähm, was könnte man noch, Portion Bombs, Oils. Fire Damage, 300... Sooooo... Na, komm her... Dang it... Oh, diesmal hat er mich erwischt, okay... Oh, ich kann Science casten, während ich mich... okay... Das ist interessant... Dang it... Damn it... Ich kann's doch nicht währenddessen machen... Scheint habe ich ein ganz genaues Timing getroffen für irgendwas hier, dass das funktioniert hat... Jetzt darf ich's nicht übertreiben... Das würde ich aber tatsächlich doch nochmal gerne wissen, da ja alle Tasten geändert sind... Oh, da kann ich mein Gwindeck ändern... Oh, okay, da haben wir es schon mal... Optionen... Control... Settings... Controller... Key Binds... Da haben wir es doch... Ähm... Strong Tide... Parasite... Don't roll alone... Great... Canter... Was... Stop... Horse... Survive... Quick Access... Consumable... 1, 2, 3, 4... T... T... Z... Müsste aber eingezweigt werden... Was... Zweckchen... Oh... Natürlich... Natürlich... Okay... Natürlich... Okay... Oh... 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 Ich glaube, das hat ihm nicht gefallen... Okay... Das hätte ich beim ersten Mal schon bemerken können... Das Ding ist... Borderline Useless... Oh... 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 Warum kommt der denn gecharged... Verdammte Axt... Komm her. Oh! Ich bin doch gecharged, du Riesenaffe Aber so kann man Schaden vermeiden Aber dafür ist mein Schwert schon wieder Ziemlich hinüber Kommentiert ihr jetzt gerade echt den Zustand vom Schwert? Was war das? Oh Oh, Moment, da waren doch noch I have some very good feelings about you for instance In several domains Very good feelings in verschiedenen Richtungen Locker Ja, ein Zucker, nee Habe ich irgendwas nützliches bekommen? Was haben wir denn hier Neues bekommen? Ach, da noch eine schöne Scheiße Was ist das? Golems Heart Ja Joa, dass das ne Das tut da für die Alchemie ist Ich bin jetzt nicht unbedingt drauf gekommen Das habe ich natürlich Oh Ah 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 Wutte her Ass Werining Wie knew Wie Das? Wie Sie 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 Können wir? Das ist ein Stein. Hm. Wie den Weg zeigt er mir zwar nicht an. Ich rück's doch gegen hier mal. Ein Gargoyle. Ähm. Gargoyle. Crashman ist nicht Hybrid, auch nicht. Insektoid, Mikro, Gargoyles. Hm. Auch nichts über Gargoyles. Ugly Bastard. Wow. Oh. Du brauchst also einen gewissen Abstand zu ihm, bevor er... ...dicke Finger. Ah. Habe ich schon. Oder immer noch. Jaaa. Haben wir ja gelernt. Da sollten wir ein bisschen weg bleiben. Stein, der geborfen wurde. Das tut natürlich weh. Oh. 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 ja moment ja wenn sicher gehen dass ich hier alles dass ich ja das mitnehmen was ich mitnehmen kann der gargoyle war ja extra und das was in der kiste war wohl auch nur 19 bis 22 natürlich ein fall für die kiste ich meine ich habe kein zweites silverschwert ein armer piercing ist gutes argument für das schwert das könnte ein echtes problem wenn man jetzt immer noch länger unterwegs sind weil man eins abhol habe ich meine reparatur ja von wo ich muss mal gucken wo wir hier ausgucken jetzt Äh, Trolem. Ja, verfluchte Axt. Wild Hunt. Definitiv. Sie haben die Major-Saintrys zerbrochen. Sie kamen nicht hier für einen freundlichen Chat mit dem Elf. Das bedeutet, dass du noch nie gedacht hättest, sie hätten... Äh, 100% Silberschweck. Wie geht's damit? Wir kriegen nur ein bisschen Wasser. Das hat im Moment gedauert. Ist ich das... naja, gut. Shut up! Ah, shit, meine Schwerden ist doch fast kaputt. So, wir kämpfen... ...gegen diesen Magier. ...oder auch nicht. Wir müssen jetzt im Zickzack laufen, oder wie? Hey, Nicola! We must close them! Want me to go? I'll do it! Just cover me! Hound of the Wild Hunt. Holy shit! Wird man behaupten, da rausgehen, ist nix. Ist ja gut, dass es scheißegal ist, was ich mit ihr anstelle währenddessen. Noch mehr. Ich kann mal behaupten, wenn das Frosthunde sind. So mehr oder weniger. Schwefel. Schwefel. Interessant. Leszlos. Schwefel. Tz Georg. Vielen Dank.